Oh Mann, was war das? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber woher jetzt? Äh, kein Plan. Ich weiß auch schon, das geht ja nicht. Ach fuck, das weiß ich auch nicht. Man, ich fälsche wieder total ab. Aber ich bin jetzt total sichtiger, Kalouke Challenge ist geworden irgendwie. Aber irgendwie kenn ich's schon. Fuck, wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr, echt nicht. Das kenn ich auch, aber... Text oder Name? Nö. Mann, ich fälsche wieder total echt hier. Ich werde es einmal eigentlich kennen gleich. Ich kenn's... Äh, wie es heißt? Nee. Ich hab schon wieder Gedächtnisausfälle. Wie immer. Ich geh jetzt mal zum Gehirndoktor oder so. Oh, keine Ahnung. Neee! Ich bin so schlecht! Bitte wohl wie wenigstens als ich käme! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020